Alright, die Damen und Herren, herzlich willkommen zu Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Und heute geht es um folgendes Thema, denn auf W34 werde ich einen Krieger spielen. Ich habe hier, wenn man quasi so eine Serverrundschau machen würde, mit allen Viechern, die bei mir im Zimmer sind, den ich gerade hier ins, also richtig instant gefangen habe. Man müsste es eigentlich in der Kamera so ein bisschen sehen können. So eine große Fliege. Das sind hier eigentlich, bis auf Server 23, der Bogenschütze, sind das alles Chars, die ich seit meinem Comeback erstellt habe. Und die ich mehr oder weniger natürlich auch aktiv spiele. Als 39, der Berserker, okay, seit 21 Tagen nicht mehr unter gewesen, was ist da los? Auf W25, der Magier. Auf W10 eigentlich noch der Battlemage, der noch ein spezielles Projekt hatte, aber das dauert eh noch 100 Stufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Wochen da nicht gespielt. Ja, W31 habe ich eigentlich nur in sinnlosen Chars erstellt. Aber das ist ein Krieger und ich möchte einen richtigen Krieger spielen auf W34. Das heißt, ich werde bei Terra in der Gilde mitspielen auf W34, werde einen Ausdauerkrieger erstellen. Werd schon auch, naja, ich weiß noch nicht wie, aber vielleicht mit einem Kleinstbetrag an Pilzen halt loskriegen über das Event, damit ich vielleicht relativ schnell Stufe 50 erreiche, damit das Sammelalbum langfristig ein bisschen entspannter wird. Aber ich werde da auf keinesfalls auf High-Level-Charge spielen oder halt versuchen da mit 1000 Pilzen hier die Dungeons zu tryen. Das werde ich nicht machen auf dem. Ich möchte wirklich einen Krieger spielen, der dann hoffentlich, davon gehe ich aktuell aus, den dann ein, zwei Jahre spiele, dann auch mal sehe, wie stark der Krieger im Late Game ist. Denn ich habe bisher noch keinen wirklichen Krieger im Late Game gespielt. Ich habe auf S25 damals bei Dreamscape ein Projekt mitgemacht, meiner Krieger-Gilde. Da war ich als, ja, noch relativ unbeholfener 300-Alu-Spieler dabei. Habe in einem Jahr, glaube ich, 10k Pilze da investiert in den Char. Und, ja, das hat sich dann halt in den Sand belaufen, weil die Leute alle inaktiv wurden. Den Char habe ich nicht mehr weitergespielt, den könnte ich jetzt immer noch rausgraben. Aber dann müsste man alles nachholen, die Festung nachholen und alles darauf. Habe ich keine Lust, lieber mit einem neuen Char von vornherein spielen. Und ich will natürlich auch sehen, was auf dem Server geht. Auf einigen internationalen Jakes & Fidget Kanälen lese ich immer in den Titeln was von W34. Gerade im tschechischen Bereich sind ja wirklich viele Spieler auch oder viele YouTuber, kleine wie große unterwegs. Die deutschen YouTuber, also Terra, macht ja seine Gilde mit auf. Davalon und seine Gruppe machen auch eine Gilde. Also das kann schon auf jeden Fall mal ein sehr interessanter Server werden. Und dementsprechend bin ich also bei Terra und auch bei Penny, muss man ja sagen, mit dabei. Und da werden wir einfach mal gucken, wie das Ganze so aussieht. Wenn ich es schaffe, werde ich das auch auf YouTube begleiten. Vielleicht, ja, auch wie so ein Tagebuch machen. Ich kann es noch nicht versprechen, ob ich das überhaupt schaffe. Aber falls nicht, kriegt er definitiv immer durch die Videos ein Update. Und ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter hier auf S39. Ein bisschen Alu muss ich, glaube ich, noch machen. Ja, dieser, ja, ich sehe jetzt auch 3001 stand da noch drin. Krass, da war ich halt ewig nicht mal online über diesen Link, weil ich sonst immer über den S39-Link online gehe. Ja, ein bisschen Alu muss ich auf jeden Fall noch spielen. Aber das kriegen wir hin. Und ja, vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen wieder. Danke auch für das Angebot in den YouTube-Kommentaren, dass ich in der Gilde hätte beitreten können. Ist natürlich sehr, sehr nett. Finde ich nice. Vielleicht, ja, wir wissen ja nicht, wie die Gilde, wie es verfährt. Vielleicht treffen sich ja die Wege auch irgendwann mal oder auf einem anderen Server. Aber fand ich auf jeden Fall nice. Dankeschön dafür. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf das Projekt. Werde Freitag selber. Natürlich bitte ich mal wieder Vollzeit arbeiten an dem Tag. Quasi heute, ja, also wenn ihr das Video seht. Ich werde meinen Chart schon mal stellen, aber wahrscheinlich erst Happy Hour spielen. Wahrscheinlich muss ich die ersten drei Tage wieder Happy Hour spielen. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich hoffe nicht, aber ich werde es machen, wenn es notwendig ist. Deshalb, ja, würde ich sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns. Macht euch tschüss und servus, euer Bassi. Ja, danke.